so leute ich chill gerade meine base mit dem edward moment der ist hier der chillt hier gerade auch so nicht an dem baum nicht was hängst du hier setz mal lieber deine kapuze auf sehr gut das hängt jetzt natürlich schief dann rutscht das nämlich normalerweise gar nicht runter wenn das hier ein bisschen festgezogen ist ja das ist ja auch ein bisschen schief das ist so provisorisch von hinten haben wir hier das übliche setting mit den gürteln auch jetzt und hier mit waffen waffengurt zum waffe einstecken ja das ist halt der gesamteindruck kannst ja mal ein bisschen geduckt laufen so dass man na ist das nix oder ist das nix die kamera jetzt hat mit ihrem wackel freien bild ich glaube er sieht dich nicht du musst da unten gucken so genau damit das damit du voll unauffällig bist genau ja naja ist doch gut doch da so